Ist Terzic noch der Richtige? Das werden Sie sich jetzt langsam fragen müssen, weil er ist der, der die Mannschaft auf solche Spiele vorbereitet. Er ist zuständig für Einstellung und Aufstellung und für Fitness. Die Verletzten, das kommt ja dann in der Regel dazu, dass dann noch wichtige Spieler sich noch zusätzlich verletzen zu dem ganzen Elend, dass du dir das so anguckst. Also ich denke, er hat sich spätestens gestern mit diesem Spiel sehr angreifbar gemacht.